Wir hatten eben die missglückte Rezepturänderung von Coca-Cola gesehen, wo der damalige Chef sagte, we are not that dumb and we are not that smart. Wir sind nicht so blöd und wir sind nicht so schlau. Gleichzeitig hat sich 7up neu inszeniert als The Un-Cola, also die Anti-Cola. Auch eine schöne Positionierung. Damals war das für die Marke Coca-Cola schon schwierig. Heute ist es noch viel schwieriger. Heute, wo alle auf Facebook sind und über die Marken irgendwie posten können. Facebook ist wie eine riesige Horde in der Steinzeit. Die Horde ist immer an Reichweite und alles wird kommentiert mit gefällt mir oder mittlerweile auch gefällt mir nicht mehr so toll. Die Marke, sagt der Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist das, was Leute über dein Unternehmen erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Der oft gehörte Einwand, wir sind bewusst nicht auf Facebook, entbindet ein Unternehmen aber nicht davon, dass nicht auf Facebook negative Anti-Stories über das Unternehmen erzählt werden. Und zwar so, dass das Unternehmen, wenn es gar nicht auf Facebook ist, erst recht nichts daran ändern kann. Genauso, als wenn man glaubt, nicht gesehen zu werden, weil man sich die Augen zuhält. Es gab vor einigen Jahren mal eine Werbung von E wie einfach, dem Stromanbieter von E.ON, wo eine Frau nicht einschlafen konnte. Sie sagt dann zu ihrem Mann, ich kann nicht schlafen und dann kam er und man denkt, er will sie in den Arm nehmen, um sie so zu bekuscheln oder wie auch immer. Und in Wirklichkeit macht er so ein Headbutt, so eine Kopfnuss. Sein Kopf gegen ihren Kopf und sie ist bewusstlos und schläft natürlich sofort. Und Statement war dann, ist doch ganz einfach. Und das gab in den sozialen Netzwerken einen riesigen Shitstorm, es wurde Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Und das Ganze ist am Ende noch blöder, weil dieser Headbutt, dieser Knockout, wo Leuten dann schwarz vor Augen wird, erinnert mich irgendwie an einen Blackout, also einen Stromausfall. Und das ist doch für einen Stromanbieter die denkbar schlechteste Werbung. Das hat also am Ende dem Unternehmen gar nichts gebracht und eigentlich nur großen Aufruhr erzeugt. Gemäß dem alten schönen Sprichwort, leere Fässer machen am meisten Lärm. Empty barrels make most noise. Eine andere, sagen wir mal, Marketing-Arschbombe gab es bei der von mir sonst sehr geschätzten Lufthansa. Die hatten mal für Männer, die eine Senatorkarte hatten, denen einen Brief von ihrer Frau geschickt, einen fingierten Brief, wo dann die Frau so ein bisschen im Handgeschriebenen, aber gedruckten Brief natürlich, das war ein Massenbrief, gebettelt hat, sie hätte doch auch gern so eine Karte, ob der Mann ihr die bestellen kann. Dann kann sie auf schöne Network-Events und sie kriegt Modezeitschriften, kann da drin stöbern. Und das, was am Ende irgendwie nett gemeint war, das kam natürlich so rüber wie ein Exkurs in die 50er Jahre, wo die Leute gesagt haben, Mensch Lufthansa, wisst ihr nicht, was Frauen heute machen? Das ist Frauenbild der 50er, was ist das für ein unemanzipierter Mist? Und ein weiterer Fehler hat die Lufthansa ebenfalls gemacht, denn wenn man sich mal soziologisch anschaut, was ist das Problem von Frauen? Das Problem von erfolgreichen Frauen ist nicht, dass sie von ihrem Partner keine Partnerkreditkarte bekommen. Das Problem von denen ist, einen Partner zu finden, der ähnlich erfolgreich ist wie sie. Denn statistisch gesehen strengen sich Frauen in der Schule mehr an und machen in letzter Zeit auch häufiger Karriere. Während Männer oder Jungs dann irgendwelchen Blödsinn machen, sich Online-Pornos angucken, Medal of Honor spielen, auf die schiefe Bahn geraten, im Knast landen und dann weg vom Fenster sind. Wer also sollte das künftige Kundensegment sein, das die Lufthansa umwerben sollte, und zwar mit Hauptkreditkarten, kein Partnerkreditkarten, ganz genau die Frauen. Am Ende hat die Lufthansa damit einen saublöden 50er-Jahre-Werbespot fabriziert und gleichzeitig auch noch ein großes potenzielles künftiges Kundensegment verprellt. Beides sollte man nicht machen.